In welcher Filmwelt, Anime-Welt würde ich gerne leben? Wenn es an Animo geht, Jett, würde ich definitiv gerne in der Welt von Cowboy Bebop leben. Das klingt jetzt vielleicht langweilig, Jett, aber ich wäre gerne irgendwie in Star Trek. Jett, kennt irgendjemand von euch den Code für MSG? Die E-Nummer? Interessant, dass ihr sowas kennt, wirklich. Googelt das bloß nicht. Nicht googeln. Schillen mit CH und Schillen mit SH, Jett. Das sind zwei verschiedene Schills. Chat, Alter. Muss ich euch wirklich beibringen, wie man im Internet nach Sachen sucht? Okay. Hier, Chat. Schill. A person engaged in covert advertising, the Schill attempts to spread buzz by personnel endorsing the product in public forums with pretense and sincerity when in fact he's being paid for his services. What are you shilling for? Alter, das schmeckt wie rote Grütze. Nein. Ja? Alter, geil. Ist rote Grütze etwa zu kleinere Beeren? Hey, chat, kann mir jemand sagen, was Röntgenstrahlung für eine Art von Strahlung ist? Elektromagnetische Strahlung ist gut, ja. Worauf ich hinaus wollte, war, ist eine Bremsstrahlung, Chat. Ja? Das ist quasi eine Strahlung, die entsteht durchs Abbremsen von Elektronen. Das ist quasi eine Bremsstrahlung. Absolut Timmy, absolut Mann. Nicht nur, dass du Level 6 bist, Bro, du ziehst dich auch an wie ein Timmy. Was bedeutet die 8.8, die da auf der Schraube draufsteht, Chat? Korrekt, das sagt an wie viele Zug- und Scherkräfte diese Schraube aushält. Chat, ich fühl mich wohl mit euch. Ihr schaut aber gut aus. Ich liebe eure Prime Subs, Mann. Fuck, bin ich gut drauf. Baby, ich fühl mich wohl mit dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.